So, meine Freunde, ich denke, es kann losgehen heute. Also, allo, ready? Dann mal bitte ganz kurz einthemen. Ja, einmal kurz, einmal etwas schreiben, wenn jemand bereit ist. Also, ich schreibe mal G. Also, ich bin auch tatig, ich habe nie geschrieben, der Baktur. Danke. Dann machen wir Start. Yo, let's go! Für Runde 2! Okay, 5 Buchstaben. Jetzt kommen ja wieder die guten Zeichnungen. Ja, jetzt sind wir wieder. Warum denke ich an irgendwelche schweinischen Dinge gerade? Ich weiß, das ist aber auch das Sache. Ah, ja, ah, ja. Das hätte ich jetzt gerne erklärt. Was kann man darin sehen? Eine Öffnung. Ah, das ist grün bei dir? Okay. Was ist das denn? Wir sind wahrscheinlich alle zu dumm. Ja, ich weiß nicht. Er zeigt das halt wahr. Ist geil. Ah, ich glaube, ich habe es. WTF, chillt mal. Ich habe keine Ahnung, Digga. Doch, jetzt weiß ich es. Okay, ja. Nein, Mitner ist es keine, Digga. Also, Mitner, wenn du das nicht weißt... Ich kenne das auch nicht. Ah. Der Zunge ist heftig. Ja, gut, danke. Keine Ahnung, was soll das sein? Habe ich am Anfang aber auch nicht erkannt. Ehrlich gesagt, nur an den Buchstaben da oben habe ich es erkannt. Ich habe es auch den Schiffschild auch erkannt. Ich bin eigentlich gar nicht vorbereitet. Macht nichts. Was auch immer du genommen hast, das kriegen wir hin. Nee, ich hatte irgendwie keine Auswahl. Ach so, okay, dann... Oder vielleicht habe ich es auch einfach nur verpennt. Ich weiß nicht, genau. Du machst nichts, versuchst du es zu zeichnen? Nee, eben. Ich bin Rain, ich habe schon gezeichnet. Ach, du bist Rain. Ach, du bist Rain. Ich bin immer sprachlos. Blume, du zeichnest gerade nicht. Scheiße. Ja, deswegen, ich dachte so, du bist... Entschuldigung, mein Fehler, ich habe euch verwechselt. Aber Rain, du kannst es richtig gut zeichnen. Danke. Ja, zeigst du mir die Grafik. Dann scheiß ich auf die Runde, weil ich jetzt schon... Fang anzuzeichnen. Ich habe schon reingeschrieben, weil ich war los. Es gibt die Runde... Schreib einfach, was ich reingeschrieben habe. Du kannst genau schreiben, wenn du dran wirst. Hä? Ich habe aber reingeschrieben. Ja, wir sehen das aber nicht. Nein, wir sehen nichts. Oh, okay, ich versuch's. Versuch's. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich bin nun mal richtig los bei sowas. Das macht nichts. Das muss man quasi sagen, wenn ich dran bin. Ja, klar. Ich weiß nicht mehr, warum ich jetzt hier einen grauen Stift habe, wobei ich soll. Ich habe es nochmal hinbekommen. Ja, okay. Ja, okay. Ah, jetzt geht's nicht. Gut, jetzt ist es einfach. Sorry, Rain, dass ich dich jetzt verwechselt habe. Deswegen ist es so... Äh, Rain? Meinst du mit dem Grafiktablet? Äh, ja. Ah, okay. Ist aber jetzt nicht so ein 5000-Euro-Ding, ne? Alles klar. Okay. Tatsächlich kann man nicht aussuchen. Ähm... Also, ich konnte mich aussuchen. Nee. Aber hier kann ich jetzt zeichnen, was soll ich da machen. Au. Oh. Ich hoffe, ich mach das richtig. Ach, nee. Nicht schön, nicht wieder. Immer eine gute Zeichnung. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, wie ich das anders zeichnen soll. Also, hier könnte ich mir schüe, und dann vielleicht nochmal hier so schüe, vielleicht so. Ah. Also, hier liegt da ganz knapp dran. Hier, ein Buchstab ist falsch. Hä? Ah. 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 Ah, ich verstehe, HL. Jawohl, Heinz. Ich hab doch nicht richtig Buchstaben gemacht. Ich, ohne Witz, ich konnte nicht aussuchen. Anscheinend können wir nicht aussuchen. Ich glaub, ich weiß, welchen eigentlich schon da gefehlt hat. Ich glaub, da hab ich die falsche Angeleitung. Also. Macht nichts. Dann versuchen wir das zu zeichnen, was da kommt. Kann ich das hier noch ändern? Hier, du hast das Word Count auf eins gestellt. Ah. Ich wollte eigentlich das andere, dass mal ein Ding kommen kann. Also nur ein Wörter und nicht mehrfache. Also nicht hier zwei, drei Wörter-Dinger. Meinst du, dass man die Buchstaben dann aufhören? Ähm, nee, du kannst irgendwie erst dann richtig auf jeden Fall gelesen zu haben, dass du als Antwort nur ein, zwei oder drei Wörter hattest. Ja. Und ich dachte, ich hab das auf eins gestellt, dass du nicht sowas hast wie The Walk. Und dann taucht das da rein. Nee, aber davor hat doch alles gut funktioniert oder nicht? Ja, Nenni hat das ja umgestellt. Danke. Ehrlich gesagt, ich hätte das jetzt anders, ich hätte das ganz anders gemacht. Ich hätte eher was anderes gemalt. Das ist echt blöd und schwierig. Warum hat der Fahrer den Steifen? Also es geht zumindest in die richtige Richtung. Aber, ja. Oh, sorry. Also ich hätte ein Schwimmbad gemalt. Definitiv. Ich hätte ein Schwimmbad gemalt. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gut, let's go. Was? Das kann ich mir mal zeigen. Versuch es. Versuch es. Oh Gott. Das wird so schrecklich. Mach direkt einen Daumen nach unten. Ey, glaub mir. Wie soll man das machen? Ich bin kein Da Vinci. Das ist hier auf jeden Fall in dem Bereich da. Man zieht es an. Ich muss Tipps geben. Ich bin lost. Man zieht es an. Ja, du kannst es doch mal separat malen von der Figur. Ja. Versuch mal, alles wegzumachen und dann nochmal so den Abschnitt zu zeigen. Ja, ich mach das hier nebenhin. Okay. Ähm. Kann man... Ja, ihr seid fast dran. Ja, okay. Danke, meiner. Achso. Okay, mehr kann ich nicht. Ach, alles klar. Ja, diesmal hab ich leider nicht. Naja, aber es ist alles. Okay. Ja, ich kann doch noch kein Umdowne tippen. So. Mitnach. Ja, geil, Alter. Ich hab keine Ahnung. Gut. Also, ich soll ein Gesetz zeichnen. Ist aber so eine Herausforderung, weil man nicht mal wählen kann. Genau, das ist so eine große Herausforderung. Ja, ich kann nicht wählen. Ja, deswegen. Wir konnten alle noch nicht wählen. Deswegen. Alles im Fall. Kann man in der nächsten Runde dann wählen? Nee. Ich glaub, erst in der nächsten Spiel. Das hab ich so ein bisschen bei der Einstein verkackt. Alles nicht so schlimm. Hast du mal bei dem Zahnrad geklickt, ob du es da verändern kannst? Hatt ich auch schon überlegt. Aber nein, das ist es leider nicht. Ja. Da kann man nur Hotkeys machen. Volume und welche Art das... Schwierig. Schwierig. Schwierig, den Fokus auf das zu denken, was halt wichtig ist. Ja, versuch's. Wie kriegen's denn? Was ist bei ihm los? Ja. Juhu. Ey, was genau? Dieser Würfel da oder die Arme? Nee, das Gedöns da. Das große, nicht die Arme. Okay. Ist das irgendeine Art von Kais-Statistik? Kais-Statistik? So, wenn man die Kombi zieht vielleicht. Ich glaube, dass... Nee, das ist halt scheiße. Also, das ist halt schwierig. Steuergerät. Ey, Karin. Das heißt, so ein Steuerrad, aber es ist auf die Reden. Zwei Wörter. Genau das wollte ich nämlich rausnehmen. Ach, was ist das denn? Ach, jetzt schon wieder? Ja. 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 Ah, sehr gut. Mit der Post. Finde ich gut. Okay, ist nicht Paket. Nee, ich hatte jetzt die ganze Zeit auch Paket. Es ist in der Nähe vom Paket. Steht da FR? FR steht da. Und jetzt ist da noch ein C dazugekommen. Nee, das ist ein Pfeil, weil Pfeilwasser runter ist. Boah, ich bin sowas von Prain und Kampen. Nee. Ich auch. Nee. Macht nicht. Ich wusste nicht, wie ich es zeichnen sollte. Oh, Black Friday. Black Friday. Das ist okay. Deswegen wollte ich so ein bisschen mit Freitag euch da so ein bisschen hinlenken. Okay. Okay. Nein. Macht immer. Immer macht immer seine Hashtags, egal wo. Egal wo. Auch wenn die... Immer und immer. Ja, immer. Kommst du immer dazwischen mit meinem Hashtag. Hashtag verraten, sag ich dir nur. Ja. Ah. BTF. Komm, mehr kann ich doch nicht sagen. Ich hab das richtig hingeschrieben. Das ist mit der Hashtag. Hashtag check. So, vier Buchstaben. Ja, gut. Oh, die gute Zeichnung. Hm. Was ist das denn? Ja. Nee. Scheiße. Früh. Gut. Ja. Ah, okay. Jetzt. Weil ich schreibe fuhre und es schreibe fuhre ist, glaube ich. Ich hab irgendwie meine Straße verloren, aber egal. Okay. Nein. Okay. Gut. Ach, Staffelei! Okay. Mach mal hier mal so ein Gesicht hin. Tolles Gesicht. Jetzt ist Koliose, oder? Ja. Oh, super. Wenn man am Handler arbeitet. Ja. Steh auf den Schlauch. Macht nichts. Also theoretisch... Ja. Oder? Oh, war das schwarze Geld. Das war fies. Oh. Bunde! Hättest du auch einfach einen Rufus zeichnen können. Ja. Und die Worte? Sieht ja fast so gut aus wie meins eben. Ja. Bitte sag mir, dass es ein Tier darstellen soll. Oh, schon wieder diese Insider. Und wenn er die Fresse halten soll, kriegt er das hier davor. Kann man auch dann so rumbinden. Dann kann er damit in den Bus einsteigen. Ja. Ich weiß, was du meinst. Mach mal bitte einen Pfeil nach vorne. Sonst kommen sie darauf nicht. Ja. Genau. Was? Fast, Mitner. Es geht in die richtige Richtung. Ah. 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 Ich hab sowas von keine Ahnung. Ah. 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 Ich hoffe, der sieht das nicht. Ach doch, sicherlich. Der schaut sich das spinnendlich an. Grüße gehen raus, mein Bester. Kannst du mir gerne mal auf WhatsApp eine Nachricht schreiben. Und dann, ja, tanzen wir um die Wette oder was weiß ich. Soll dir was aus. Ah. Ich glaub, jetzt hast du verkackt bei ihm. Ah, jetzt bist du das alles schon. Ah, jetzt bist du das alles schon. Ah. Ah. Boah, so schlecht bin ich ja doch nicht. Ah. Nein, weißt du, Rufus, mein Schatz, ich hab dich lieb. Komm, ich mach das so. Ja, ja, ja. Schla dich auf den Döner ein. Ich weiß nicht, ob das... Rufus sieht mir geradezu nur mal so. Da siehst du, ein Grüße geht raus. Hat doch schon was geschrieben. Ich schreibe gerade in den Chat, natürlich sehe ich das. Ja, also Rufus, mein Bruder, fühle ich dich gedrückt. Hab dich lieb, mein Schatz. Okay, gezeichnet ist das schon mal fantastisch. Ja, find ich auch. Ich wüsste jetzt nicht, wie man es anders zeichnen soll. Hä? Toast, es geht in die richtige Richtung. Ah, ich glaub ich weiß auch. Sauer. Jo, wieder zwei Börder. Jo, wieder zwei Börder. Ja. Wir dürfen. Ahh. Ehe? Aha. Ah. Immun, oder ich muss dich jetzt mal in der Meinung. Halb so wild, nicht schlimm. Dadurch habe ich es erst gecheckt. Mit MM, bitte. Oh, no, 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 das nehmen wir mal nicht. Ich toste nieder. Ja, komm. Idee. Ah, okay. Also in allen ist es halt. Ein moderner Hinblick. So. Ich denke, die Leute sind sonst was von mir. Sag mal, äh, warum schaut der Rufus eigentlich zu? Ich dachte, der wollte weg. Der wollte wahrscheinlich, der hat wahrscheinlich gerade nicht so Zeit für uns zu spielen, weil, äh, er mit was mit seiner, äh, Freundin machen möchte. Und er nebenbei das laufen lässt. Achso, ich dachte, er wollte weg. Nein, ich kann das nicht hinschreiben. Nee, es ist okay. Warum kann man auf dem Handy bitte keine Umlaute schreiben? Ich verstehe es nicht. Halt doch mal den Buchstaben. Ja, doch, kann man. Du kannst auch diese Einstellungen dann auf Deutsch setzen. Man kann auch Custom-Tastatoren auf dem Handy einstellen. Ah, und dann hier auf Deutsch, okay. Hey, das weißt du jetzt für die nächste Runde. Ah, okay. Komm, du bist besser als ich. Oder als Eins, also. Ja, und in Scribble, äh, wenn du Buche geschrieben hättest, dann hättest du wahrscheinlich auch gezählt. Okay. Okay. Oh, jetzt geht's los. Was ist das schon wieder? Das stimmt, dass das... Alter, Rufus, du Arschloch. Ich hab keine Ahnung, wie man das Wort schreibt. Er hat mir gerade einen Scheiß-Screenshot von meiner Zeitung geschickt. Okay. Von meiner auch. Jetzt. Ey, wie schreibt man das? Ich hab auch keine Ahnung, wie man das schreibt. Oh, man. Ich hab's fast richtig geschrieben. Ah, wo? Ah, wo? Jetzt halt also mal so was zeichnen. Das kannst du helfen. Ich würd mal sagen... Wenn Yad ein Wasserhahn zeichnet. Was hat man mir auch nicht? Und was der Unterschied zwischen den beiden ist. Was? Ich hab gesagt, ich hab keine Ahnung, was ich zeichnen soll. Ich hab's gut gezeichnet. Dann nach oben. Danke. Vielleicht nur noch eine Person. Dann im Rechten. Ähm... Eine Person wird, glaub ich, nichts ändern. Ach so, ja, vielleicht. Ich weiß noch nicht. Ich glaub, das ist von... Ich hab das verwirrt. Ja, nee, das mit der Person ist eine gute Idee. Ja. Gut, komm, du uns doch mal in den Podcast rein. Ja, ey, unfassbar, was er da hier gepostet hat. Das gibt's nicht. Wie? Hat er mir auch geschickt. Ach, voll geil. Das ist endlich mal was, was ich zeichnen kann. Eigentlich müsst ihr Ruf uns mal das Bild von uns beiden runterschicken von... Wann war denn das? 2017 oder so? Oh, das... Gibt's das Bild noch? Also, Rufus, wenn du das hörst, wenn du das Bild von uns beiden noch hast, schick mir das mal. Der Junge hebt sich doch alles auf. Gut, ich war noch nicht mal fertig. Wollen wir hier Speedrun oder was? So. Das ist jemand, der sehr enttäuscht ist. Was? Gut, Des. Warum? Nicht enttäuscht. Warum denke ich da an diese KKK-Kollegen? Okay, du. Ah. Gut. Ja. Also, ich hätte es rot gemacht. Also, dich rot. Hauptsache, der Heiligen Schein ist so ein Point, ne? Ja. Seit wann hat Rufus so einen? Fast. Seit wann hat er denn ein Bart? Der Letztritt, Digga. Das ist lustiger, als es sein sollte. Äh. Ja. Krass, dass das überhaupt irgendjemand errät. Ne, ist ja nicht so lang, ne? Ja. Boah, heftig, Alter. Ah. Aber, oh, Mann. Du solltest du Kunst studieren, ey. Ja. Vielleicht noch ein K drauf. Mach das besser. Du weißt, was mit dem Passierte Stag nicht kunst studieren durfte. Ja, geil. Oh, der hat echt gute Bilder gezeichnet. Was ich überlegen, wie es aussieht. Okay. Ja. Genau, Among Us ist schon mal gut. Es ist schon mal gut. Among Us. Du hast es auf jeden Fall. Aber sowas von. Hm. Oh, man hat das bei Augenpaar. Oh, man hat das bei Augenpaar. Er nutzt das. Er nutzt das. Er nutzt was? Er nutzt das. Ja. Absolut mit ner. Ja, ist für scheiße. Halb so wild. Aber guck mal, Rainer hat es rausgekriegt. Also, dann kann es nicht so schlecht sein. Wir sind einfach nur lost. Ja. Okay. Okay. Das hier in SVB, TF. Ich wollte gerade Recyclingtonne noch schreiben. Ist doch obvious. Ja. Was? Guck, Herr Hupf. Ah. Gut. Ja. Schreib da noch Buchstaben hin. Mit die Björn-Jagerman-Chanson. Er war die erste Nummer eins. Danke. Das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. Doch. Nein. Ich glaube, ich bin Raphael. – Da ist er deutsch. – Ach. Wie schreibt man den. Oh, ey, das ist doch eine Scheiße mit dem... Ja, ich schätze, dass ihr eine andere Runde wollt. War das wirklich ein Fehler von mir. Kino Chico. Ja, ich weiß nicht, wie das geschrieben wird. Ich hab keine Ahnung, wie das geschrieben wird. Yo, ich hab's einfach heiraten. GG. Cool. Nee, ich weiß nicht, wie das... Ich weiß auch nicht, wie das geschrieben wird. Gut, mit CC. Schade. Ich wusste es mit CC. Wieso ist das schon wieder ein Haar, Alter? So, in der nächsten Runde diesmal mit mehr Wörtern zu ausweiten. Ja, ich muss das schon wieder rumstellen. Hier, ich dachte, ich hab die andere Einstellung gehabt. So, Word-Count ist dementsprechend 5. So, sind wir ab, weil auch weiterhin die Gruppe, die wir waren? Ja, ich möchte gerne gehen. Alles klar. Danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Gerne. Tschüss. Ciao. Tschüss.